Keine Zeit, um mich kürzer zu fassen, Madame de Swain 1626-1696, französische Aristokratina, für ihre langen Briefe und deren hervorragenden Stil bekannt und berühmt, schloss einmal einen fünfseitigen Brief an ihre Tochter mit den Zeilen, ich bitte sie, mein langes Schreiben zu entschuldigen, stünde mir mehr Zeit zur Verfügung, dann hätte ich mich kürzer gefasst.